So, Hallöchen ihr Lieben, also offensichtlich scheint es gerade zu funktionieren, herzlich willkommen zu diesem Video, das erste in 2023, aber ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen fertig mit den Nerven, weil ich sitze hier ungefähr seit 70 bis 80 Minuten und probiere dieses Video aufzunehmen. Und ja, ich wollte euch eigentlich erzählen, warum länger, also was heißt länger, zwei, drei Wochen kein Video kam und wollte eigentlich ein bisschen erzählen, was ich so von 2023 erwarte, aber irgendwas hat hier einfach nicht hingehauen, ich wollte alles machen wie sonst, ein schönes Video im Hintergrund, Naturaufnahmen, entspannende Musik, leise irgendwas und im Vordergrund ich natürlich, der da was erzählt und es hat einfach nicht funktioniert. Hier stand ständig, bitte verringern Sie die Videoqualität, es ist überlastet oder verändern Sie die Encoder-Voreinstellung und ja, Videoqualität verringern kommt ja nicht für mich in Betracht, weil ich möchte hier nicht in 360p sitzen, so in schlechter Auflösung und die Encoder-Voreinstellung habe ich, soweit ich das hier gefunden habe, auch verändert, es hat sich nichts getan, es ist immer wieder hängen geblieben. Jetzt scheint es gerade zu funktionieren, vielleicht habe ich wirklich den Fehler gefunden, ich habe da noch gerade ein bisschen rumprobiert, ja, vielleicht weiß ja von euch jemand weiter, aber es scheint wirklich gerade ruckelfrei zu funktionieren, das ist ja wirklich ein Ding, muss ich sagen. Also ich bin gerade auch ein bisschen fertig, ich weiß gar nicht, ob ich das Video jetzt noch aufnehmen kann, wenn es funktioniert, weil ich sitze hier seit, ich glaube wirklich seit 80 Minuten am Laptop, habe schon alles neu gestartet und ich bin wirklich ein bisschen fertig jetzt mit den Nerven. Also das ist wirklich ein schöner Start in 2023, muss ich sagen, obwohl ich ansonsten wirklich eigentlich positiv gestimmt bin, weil ich denke, dass die meisten Probleme entweder, ja doch, die meisten Probleme sind individuell, sowie kollektiv eben selbst gemacht von uns, ja, und es gibt für jedes Problem eine Lösung. Es scheint wirklich zu funktionieren. Na gut, ist egal, ich werde dieses Video einfach mal als Test jetzt hochladen, das ist übrigens, das ist ja lustig, das ist das 401. Video, oder sagt man 401. Video auf diesem Kanal und, ja, ich glaube so ein Video gab es noch nie. Ich hatte ja schon ein paar Mal ein Video ohne Ton hochgeladen, aber ein Video, was ich nennen werde, massive technische Probleme beim ersten Neujahrsvideo. So ein Video hatte ich auf jeden Fall noch nie. Na gut, ich werde das jetzt einfach mal überprüfen, ob das hier alles funktioniert hat und das jetzt einfach hochladen, ist mir jetzt egal. Ich wünsche euch jedenfalls einfach einen wunderschönen Rutsch, also vor zwei Tagen, ich hoffe ihr seid gut reingerutscht, ich hoffe ihr seid gesund, offen, bewusst und spirituell und dann wird die kommende Zeit auf jeden Fall gut. Und genau, also machen wir das mal als erstens Testvideo, zweitens als Neujahrsvideo. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn alles wieder normal ist. Also, es scheint gerade wirklich zu funktionieren, ich bin begeistert, also wirklich. Aber mal gucken, ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt noch nervlich aufnehmen kann, ich sitze hier einfach schon so lange. Okay, ihr Lieben, bis dahin, macht's gut. Ich wollte auch eigentlich ein richtig cooles Experiment machen und zwar, ach, das Video ist jetzt leider weg. Naja, und zwar hat der Peter vom Königreich ein Video hochgeladen, was gelöscht wurde und ich wollte das Video einfach mal aus Spaß zu Testzwecken mit euch gucken. Natürlich hochkritisch, ne, weil ich wollte natürlich sagen, also, ach, was der erzählt, das kann ja alles gar nicht sein, ist ja völliger Quatsch, ne, ist ja Verschwörung. Vielleicht lässt man mir das ja dann durchgehen und dann kann ich euch dieses Video sozusagen über diesen Umweg doch zur Verfügung stellen. Na gut, ja, da geht's nämlich auch so ein bisschen um Ukraine-Krieg und so weiter, um Hintergründe, so wie ich das auch immer erzähle und sehe. Ja, das ist alles nur, um die Menschen wach zu rütteln und, ja, damit die Menschen mehr in die Eigenverantwortung und in die Tat kommen. Jo, in diesem Sinne sehen wir uns vielleicht im nächsten Video, wenn alles läuft wie gewohnt, mal schauen. und erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut!